Kisten brauche ich ja jetzt keine einzusammeln. Ich muss da nur später irgendwie durchkommen. So. Lala, 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 lala. Ach, komm schon. Ich habe keine Geduld. Wie man vielleicht merkt. Das war irgendwie ein bisschen verzögert, okay. So. Miss the checkpoint, miss the checkpoint. So. Zweiter oder dritter? Ich gehe, ich hoffe, das ist der zweite. Aber wir werden sehen. Und wird das dann nochmal ein Coco Level? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es ist dann nochmal ein Coco Level. Wow. Das sah irgendwie lustig aus. Das war auch knapp. So, ich lasse euch hier alle in Ruhe. Follte ich hier nochmal explodieren oder so. So. Fängt ja schon mal gut an, ey. Ähm. Die war auf der rechten Seite, ne? Heinz? Du? Das sieht, glaube ich, sehr gut aus, ja. So, wo kommen wir denn jetzt hin? Wo kommen wir denn da hin? Okay. Ähm. Ich glaube, ich nehme die direkt mal mit. Ich glaube, ich nehme die direkt mal mit. Okay. Muss ich das verstehen? Das ist jetzt noch mal ein Extra-Relikt gewesen. Ah, okay. Aegypus Rex. Oh, jetzt muss ich da noch mal rein. Ähm. Wir sehen uns noch mal in dem Bonus-Level, ne? So, da bin ich wieder. Und ich habe mal nachgeguckt. Ich glaube, weil irgendwie ist die Zeit dann wieder verschwunden. Ich glaube, für Saphir braucht man 55 Sekunden und für Gold braucht man 50 Sekunden. Ähm, werden wir jetzt einfach mal gucken, was das hier gibt. Wenn das nicht passen sollte, werde ich mich dann einfach am Ende runterfallen lassen. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Okay. Okay, man kann sich auf jeden Fall runterfallen lassen. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. So. Ich weiß gar nicht, wie viel ich eben hatte. Aber ich habe halt auch sehr oft gewartet. Und ich habe auch eben gerade gelesen, als ich nach der Zeit geguckt habe, dass in der NTSC-Version hier die gleiche Zeit gilt wie im kompletten Level. Das ist irgendwie ein Programmierfehler oder so. Ach, Ficken, ey. Schon wieder gleich bestelle. Ähm. Und da sind dann, was weiß ich wie viele Minuten. Finde ich ganz lustig irgendwie. Und da sind dann, was weiß ich wie. Hm. Yo! Können wir vielleicht dann auch direkt sein lassen, ne? Ich weiß jetzt noch nicht mal, ob das Rennen von Crash hier schneller ist als der Dino. Auf jeden Fall kann sich Crash schneller umdrehen als der Dino. Willst du mich...? Oh, das ist schon sehr assi. Okay, dann bleib halt da drauf stehen. Oh, diese eine Flugdino macht mich irgendwie ein bisschen kirre da an der Stelle, weil der macht überhaupt keinen Sinn. Außer wenn man mal vielleicht aus Versehen springen sollte. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass der eine Abkürzung ist oder so. Oh! Meine Fresse, das waren 44. Ich will das mit dem Dino schaffen, ey. Meine Fresse, das ist echt mega atzend gerade. Atzend. Das ist so dumm, dass man da warten muss. Obwohl, ich weiß nicht, ob man drüber springen könnte. Ich brauche eindeutig zu lange für dieses Level schon. Eindeutig. Ja, komm, spring einfach in deinen Tod, Bastard. Ja, komm. Ey, ey, ey. Ja, ich bin leise. Ich weiß. Ey, das war... Hallo? Warum hab ich das denn eben nicht geschafft? Ah, 50, 60 hatte ich... Oh! Das war wieder so unnötig, ne? So. Unnötig. Okay. Hätten wir das auch geschafft und ich werd jetzt direkt wieder abspeichern. So. 70 Leben, holy moly. Ähm. So. Was machen wir denn jetzt? Hm. 67 Prozent. Juhu! Ähm. Ich glaube, wir machen jetzt... Äh. Was haben wir denn noch? Da sind nur noch drei Level über. Das haben wir gemacht. Ja. Das haben wir gemacht. Was ist das? Ah! Ah! Da gibt's auch einen grünen Edelstein. Mhm. Ah, das Renn-Level. Ja, ich glaube, wir machen das hier. Jetzt interessiert mich mal, fehlt uns jetzt noch der Grüne? Ja, der Grüne fehlt uns. Ach, nice. Ja, dann rein da. Ich schätze mal, dass das auch mit einem Totenkopf-Plattform-Gedöns ist. Meine ich mal, mich dran erinnern zu können. Äh. Aber werden wir dann ja sehen. Ich hab Doppelfrungen gemacht. Mann. So, stirb. Man kann auch nicht drüber springen. Das ist auch gut zu wissen. Vielleicht kann man das schon... Ich war nicht hoch genug. Ach so, warte mal. Wir haben ja... Unser Geschoss haben wir ja. Wie schließt man den Kreis? Ah, da ist dieses Ding hier in der Nähe. Weg. Du auch. Wat? Da. Ganz einfach. Habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ach, fuck. Obwohl ich weiß jetzt gar nicht, ob das schon zählt, wegen der Totenkopf-Plattform, weil wir ganz am Anfang gestorben sind. Ach, werden wir dann ja sehen. Vielleicht gilt das erst hinter dem Checkpoint, aber werden wir dann sehen. Vielleicht gibt's hier auch gar keine Totenkopf-Plattform, aber ich meine schon. Totenkopf-Plattform. Wie viel gibt's denn hier? 75. Also sonst würde ich erst das mal fertig machen. Ich will mal mit Kreis... äh, mit Quadrat würde ich immer abschießen. Erst mal das. Dann das. Ich hab' ich grad schon wieder Quadrat gedrückt. Nein. Oh. Totenkopf-Plattform. Äh.